Gibt es vielleicht irgendein Problem mit dem Mercedes-Stan? Nein, der, der, der mit dem ist alles in Ordnung. Oh, gut, gut. Ist gut zu hören. Ich dachte mir nur, das Einzige, was noch besser wäre, als so ein Ding zu haben, wäre zwei so Dinge zu haben. Sag sowas nie wieder. Sag sowas nicht, wenn es nicht möglich ist. Ja, wäre schon krass, wenn du zwei so Dinge hättest. Oder nicht? Oder nicht? Ja, und wie? Das wäre der Hammer. Das wäre der Hammer.